Herzlich willkommen hier in Wächterlsheim im Herzen von Rheinhessen. Mein Name ist Victoria Bretz und ich führe das Weingut zusammen mit meinen Eltern. Meine Eltern sind die neunte Generation hier, ich bin die zehnte Generation und unser Weingut kann dieses Jahr 300-jähriges Jubiläum feiern, was schon eine lange Zeit ist, worauf wir auch stolz sind. Wir haben so vor sieben Jahren hier diese neue Winothek gebaut. Vorher hatten wir einen ausgebauten Kuhstall für Weinproben genutzt. Der wurde jetzt auch mittlerweile renoviert und sieht jetzt noch ein bisschen schicker, moderner aus und im Sommer können die Leute auch bei uns im Hof sitzen, entspannt unter Palm und Oleander und können da eben die ganzen Weine probieren. Und generell ist es eben auch so bei uns, dass die Leute nicht nur ein Glas Wein bekommen, sondern die kriegen quasi das Rundum-Sorglos-Paket. Die kriegen im Nachgang noch die Weine alle ins Auto eingeladen und fahren dann eigentlich immer schön glücklich vom Hof. Wir sind jetzt auch gerade noch dabei, ganz neu eine Weinbar zu bauen, in der kann man dann auch in Zukunft einfach relaxed ein Glas Wein trinken, was schönes, typisch Rheinhessisches essen. Genau, und wollen einfach auch ein bisschen Schwung noch in diese Richtung in Rheinhessen bringen.